da sind wir wieder die Leute sich jetzt fragen warum das denn nochmal fängt denn zu sehen wow echt nicht hier ernst ne ulti war nein ich weiß nicht mehr da ah es geht um die Sonne boah war der noch schatz so Leute pushen pushen so durch so genau ok oh ja da dieser ist in jedem Fall der muss fallen boah bei mir leckt das jetzt ein bisschen uncool echt buddy? ja der Hebitstoff fällt nicht richtig aber das war so ein bisschen wunderbar ich bin auch im Weg nein warum hauten der Tank ab? sind die doof oder was halt halb halb ah super geil warum macht ihr die Inhibitoren wenn wenn der Tower down muss wenn der Tower down muss das war so ein bisschen der 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 jetzt aber Lacka ja die ist nur gut weil die jetzt equipt hat ist der Kali da noch drin oder nicht Baron Leute ich nehme noch auf ja ich mache gerade den Dragon und dann komme ich mit rüber zum Baron lassen beziehungsweise golenbach bräuchte ich auch noch das ist gut ja Akali hat aber auch Zonjas ne müsste aufpassen na warum den Inhibitor ja 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 nein 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 wie sie mich noch erwischt ja so was hol ich mir denn jetzt noch als letzte Zeit ist ja 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 dass das ja das ja ja Zonjas Akali ja das war's für die um nee sie ist in der Basis aber Schäckow habe ich bei uns und gesehen der könnte backdorn ich weiß nicht ob er schafft gegen den Tor müsste mal einer aufpassen ja 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 BÄÄÄÄÄÄM ja 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 Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.